Herzlich willkommen beim Power-Advent-Kalender 2022 von Cloud Couchrocks. Hier sind eure Moderatoren Stefan und Tommy. Los geht's! Hallo liebe Leute da draußen. Heute ist es soweit. Gefühlt ist Frühling. Mittlerweile auch nicht mehr der dunkelste Tag. Die Tage werden heller. Was bedeutet das? Weihnachten! Heute haben wir wieder was für euch mitgebracht. Also auf jeden Fall den Tommy. Hallo. Und der Tommy hat euch was mitgebracht und was der euch mitgebracht hat. Ich habe da ja schon so eine Idee, aber das soll ich selber erzählen. Hallo Publikum, grüßt euch. Ideen ist ein gutes Stichwort. Wir wollen uns mal Power-Apps-Ideas angucken. Und wenn ihr eine, ich habe hier eine kleine Sharepoint-Liste, Power-Apps-Test, Titel, eine Beschreibung, eine Zahl und so weiter und so fort. Und wenn ihr jetzt hingeht und eine Power-App euch erzeugen lasst aus dem Erzeuge mal bezogen auf eine Sharepoint-Liste, dann kriegt ihr hier schon mal eine App, kriegt ihr auch was angezeigt. Und wenn man sich das hier anguckt, dann gibt es hier hinten schon diesen Punkt Ideas. Interessant. Jetzt kann ich hier irgendwo draufklicken. Dann sehe ich hier, alles klar, Ideen, Example, Answer, Train With. Und hier oben ist so ein Symbol, da kann ich auch mal draufklicken. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann bekomme ich hier dargestellt, Provide a Formatting Example. Also sprich, ich kann mir jetzt überlegen, wenn wir mal runtergehen, vielleicht auf die Zahl hier, da nochmal draufklicken und ich sage, hey, das Ganze soll doch bitte mal aussehen wie so eine Währung. Dann geht es hin und dann kriege ich schon mal dargestellt, Mensch, das Feld Zahl, so heißt die Spalte, wenn du das da einträgst, dann wird das Ganze so formatiert, wie es hier oben aussieht. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist, sage ich mal, PowerApps Ideas im Anfangsstadium. Boah, was müsst ihr beachten? Um vielleicht noch eine, fürs Ausprobieren, noch einen Schritt weiterzugehen. Da ist es wichtig, dass ihr schaut, dass ihr ein Environment habt, das in den United States liegt. Das habe ich hier gemacht. Das ist ein Trial Environment. Und dann klickt ihr auf das Environment, geht hier oben in die Settings rein, dann runter in die Features und dann geht es noch ein Stück runter in den Features. Runter, 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 runter. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit zu sagen, hey, bitte mal PowerApps Ideas for Canvas Apps aktivieren. Share Ideas, Query Data to help improve Ideas Results. Jetzt ist es die Frage, was mache ich hiermit? Aktiviere ich das Feature oder erlaube ich Microsoft einfach die Daten, die ich hier eingebe, weiter zu verarbeiten oder nicht? Tja, so oder so. Ihr könnt ihn gerne mal anmachen, gucken, was passiert. Wichtig ist aber, dass ihr rüber geht und eins in den USA habt, eine Anwendung. Das habe ich hier nämlich auch mal gemacht. Die gleiche Anwendung, der gleiche Weg und wie man schon sieht, ich habe schon sogar ein paar Dinge hiermit ausprobiert. Weil was passiert jetzt hier, wenn ich auch hier wieder auf die Zahl klicke, so wie wir es vorhin hatten, dann bekomme ich bei den PowerApps Ideas, ich mache es mal ein Stück größer, hier jetzt so ein Runterklappfeld und da kriege ich jetzt nicht nur Formatting, sondern ich kriege auch Conditional Formatting, also nicht nur Text, Textformatierung kann ich mal draufklicken. Dann müsste auf der Seite rechts wieder genau der Kram aufgehen, den wir eben hatten. Ich hätte das gerne so und dann ist schön, dann kriege ich das. Das könnte ich jetzt mal setzen. Wichtig ist beim Lesen immer, here some ideas. Für dieses Feld setzen wir das. Ich markiere das. Ich markiere das, klicke unten auf Apply und dann passiert genau das. Von dem Feld, der Text wird dann so gesetzt, wie er hier erscheinen soll. Falls ihr jetzt sagt, ach, das war ja nett, ich hätte das aber gerne vielleicht anders. Nicht das Symbol vorne, sondern hinten und dann hätte ich auch gerne ein Euro-Symbol. Dann könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Hier draufklicken und dann gibt es ein, äh, nee. Ich mache das Leerzeichen weg und klicke hier nochmal drauf. Och, nee. Jetzt lasse ich das nochmal weg und klicke nochmal. Ja, hm. Das aktuelle Format gibt es ja schon. Gut, dann machen wir es anders. Gehen wir nochmal hin. Hier ist das Format. Wir nehmen das Format nochmal wieder raus. Haben die normale Zahl, die da drin steht. Ich gehe wieder auf das Zahlenfeld, klappe es runter, gehe auf Textformatting, sage jetzt hier, den hier mit Nachkommastellen, aber das Euro-Symbol hätte ich gerne hinten. Sage okay. Und was macht er? Das hier ist eine App in einem Environment mit einem Browser. Es ist alles in Englisch. Er erkennt also nicht, dass ich jetzt Euro haben will, sondern er bleibt in ENUS, formatiert vorne die Zahl etwas und sagt, ach, kann ich den Euro draus machen noch hinten dran. Also so ist das mit den Ideas nicht. Ich kann auch bei der Zahl hier unten mal klicken. Nee, kann ich gar nicht, weil wir sind in der Gallery. Ich kann nur hier formatieren, aber ich kann jetzt bei dem Format hier oben noch über Add Examples sagen, jo, ich nehme mal die Zahl dazu. Und bei der Zahl, da hätte ich das gerne auch mit Nachkommastellen und Punkten und überhaupt und Dezimaltrennern. Und dann kriege ich hier unten schon vorbereitet, und wie das aussieht. Und falls jemand mal bei einer Power-Atelier-Folge dabei war, wir hatten genau das Thema, wie kriegt man eigentlich hier die richtige Schreibweise raus, da hilft PowerApps Ideas. Hier habe ich das Ganze jetzt. Sieht so aus. Passt. Das Interessante, was wir jetzt haben, oder was wir noch machen können, ist, dass wir hier hingehen und noch mal auf die Ideas klicken und anstatt Textformatting mal Conditional Formatting nehmen. Und jetzt erscheint genau das, was uns Microsoft ja so schön anpreist, hier oben diese Freitext-Suche. Und was kann ich da jetzt eingeben? Ich kann da zum Beispiel eingeben, ich hätte jetzt gerne Elemente dargestellt, noch mal ein bisschen Freitext-Suche, Search in PowerApps Test, so nennt sich die Data Source, im Feld Beschreibung, das soll bitte Equals 4711 sein. Das möchte ich bitte gerne als Formel aufgelöst haben. Wenn ich dann hier draufklicke, dann braucht er einen Moment, und wenn er dann gleich soweit ist, wird er uns, so hoffe ich, hier unten ein paar Beispiele zeigen, die er jetzt hier leider so nicht direkt auflösen kann. Schade eigentlich, wenn man was vorbereitet und es nicht klappt, ist das immer komisch. Das könnte aber daran liegen, da gehe ich noch mal rum, schauen wir mal rein. Sort Items, Start With, nee, das ist der Standard, der hier tatsächlich gesetzt wird. Ich gebe das hier noch mal ein, so passt. Das klappt bei dem Feld nicht. Ich kann aber, und ihr seht ja immer, wenn ich klicke, gibt es hier oben dieses Hint-Feld, was ist denn, wenn ich mal auf die Barrows Gallery klicke? Gehen wir da noch mal rüber. Und ich nehme die gleiche Suchgeschichte, die ich mir rauskopiert habe, gebe sie mal hier ein und sage jetzt, guck doch mal, was geht. Und siehe da, auf der richtigen Ebene, an der richtigen Stelle, findet das Richtige statt. Und der Vorschlag ist, Apply zur Eigenschaft Items, folgende Formel, Filter Power Apps, wo die Beschreibung gleich Text sowieso ist, kann ich hier eingeben, klicke auf Apply und habe damit in der Items Eigenschaft das Gesetz, was da rausgekommen ist. Finde ich schon mal bombastisch. Was passiert, wenn man es weiter einschränkt? Vielleicht noch wieder hier oben drauf, wieder hier rein und eine kleine Erweiterung. Beschreibung equals 4711 und das Datum equals today, sort by Zahl, descanning. Das ist aber viel Zeug, was jetzt drin steht. Aber das geht auch. Wir haben hier Sort, wir haben hier das Filter, wir haben Beschreibung, End, Datum gleich today und Zahl und descanning. Es ist eigentlich alles da, was ich brauche. Apply, rein damit. Gut, ich habe jetzt vielleicht kein Element, was dazu passt, aber so kriege ich nach und nach eben jetzt meine Sortierung rein und ich muss wie gesagt immer darauf achten, was denn hier angegeben wird. Wir können ja auch mal so was probieren, wie Background Red wenn Zahl Less than 4713 ist jetzt green Gucken wir mal, was passiert. So, hat nicht geklappt. Dann nehme ich mir das hier mal raus. Wir gehen mal zu dem Feld Zahl. Müsste das hier sein. Ich klappe das nochmal auf. Conditional Formatting. Gebe das Ganze hier nochmal ein. Gucken wir mal, ob wir jetzt den Vorschlag kriegen, den wir haben wollen. Tatsächlich. Und zwar Applies to fill. Klicke ich mir das an, klicke auf Apply, kriege das entsprechend zugeordnet und habe dann auch die Conditional Formatting-Geschichten an der Stelle, wo ich sie haben will. ich muss mal zum Thema Power Apps Ideas. Das ist nur ein kleiner Teil von dem, was es gibt, aber wichtig für euch zu mitnehmen. Probiert es in einem Environment aus, das in US ist und dann könnt ihr viele Dinge ausprobieren, die sonst noch nicht überall verfügbar sind. Ja, und damit soll es für den Thor Advent Kalender für heute mal soweit sein. Stefan, 24 Folgen wieder. Ich finde es, also ich finde es, ich finde es, ich finde es ein Wahnsinn. Also die Folge hat mich wieder total geflasht. Also das, der ist ja schon echt intelligent. Also du, du kriegst halt nur die Sachen aufgelöst, also die auch wirklich passen. Also du kannst in der Gallery nichts reinpacken, was, was irgendwie bei den Items sich auf Eigenschaften eines Steuerelements irgendwie bezieht und umgekehrt. Finde ich total irre. Eine kleine Fehlermeldung oder irgendwie so was, ein kleiner Hinweis, irgendwie warum man nichts angezeigt kriegt, wäre hilfreich. Aber gut. Vielleicht kommt das noch. Ja, kann man ja einreichen. Gut, also wie gesagt, vielen Dank nochmal für Folge 24. In diesem Sinne möchten der Tommi und ich vielleicht einstoßen und sagen frohes Fest. Happy Holidays, kommt gut ins neue Jahr. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen, wenn es wieder heißt. Ich glaube, Deutschrocks, in diesem Sinne. Macht gut auch von mir. Prösterchen. Ein edler Tropfen Lodehahn. wir kommen. Wir kommen.